Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 46, Vers 2, da lesen wir, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Wir haben eine Zuflucht und wir bekommen jeden Tag neue Kraft und Stärke. Und er ist ein Helfer in der Not. Und wenn du Not hast, dann komm zu ihm. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute zu dem Thema, wo suchen wir Jesus? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Wo suchen wir Jesus? Das sagt ganz klar in der Kirche. Der andere sagt, nein, in meiner Bibel, in meiner Andacht. Oder, ja, bei mir hängt Jesus am Kreuz, an der Wand. Wo suchst du wirklich Jesus? In Lukas 24, Vers 5 steht, Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Ist es nicht oftmals so, dass wir Jesus in einer Tradition suchen? Sind es gewohnt von Kinderbüchern, von Kindergeschichten? Und suchen Jesus dort irgendwo in einer Geschichte, in einem Erlebnis? Oder wirklich in der Kirche? Er ist nicht dort. Er ist auferstanden. Er lebt. Er möchte mit dir leben. Er möchte als Freund mit dir durchs Leben gehen. Es ist nicht so, dass wenn wir aus der Kirche rauskommen, sagen, Tschüss, Jesus, bis Sonntag wieder oder bis ich wiederkomme. Sondern er möchte mit uns leben. Und es ist deine persönliche Entscheidung, wo für dich Jesus ist. Es ist bestimmt nicht total verkehrt, wenn du sagst, Jesus ist in der Kirche. Die Kirche ist ein Ort, wo wir uns besinnen, wo wir auch am wenigsten abgelenkt sind, Jesus zu begegnen. Aber er möchte in unserem Leben leben. Er möchte mit dir sein. Suche Jesus nicht irgendwo oder stelle ihn nicht irgendwo hin und rede zu einem Stück Holz. Nein, er möchte mit dir sein als Freund. Und dafür möchten wir jetzt auch beten. Danke, Herr, für jeden, der Ja gesagt hat. Ja zu dir, Herr Jesus. Komm, lebe du mit uns. Komm, geh du mit uns. Herr, jeder, der gesagt hat, ja, Jesus, sei du mir ganz, ganz nahe. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass du nicht für irgendwie Religion oder für ein Bauwerk gekommen bist. Nein, du lebst nicht in einem Bauwerk. Du lebst eigentlich, du lebst in uns. Und Herr, in der Bibel steht, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist das, was du uns gesandt hast, wo du mit uns leben möchtest. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen brauchen Hilfe von Gott. Und so schreibt uns eine Frau ihr Gebetsanliegen. Bitte bete doch für mich um Heilung meines Bluthochdrucks und Atembeklemmungen, für Lymphedäum sowie Befreiung von Allergien und Ängsten. Vielen Dank für die Gebetsbereitschaft. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst. Und ich danke dir, dass du siehst, ihren Zustand und dass sie wirklich eine große Erneuerung braucht. Und ich danke dir, dass du ihr Herz berührst, ihren Bluthochdruck. Und du weißt auch um all die anderen Dinge und wo die Ursache liegt, beim Atembeklemmung, beim Lymphedäum, bei den Allergien und Ängste, Jesus. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Ängste auch bezwungen sind am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, dass du diese Frau berührst und dass die Ursache beseitigt wird. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihr Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und viele Menschen haben uns geschrieben wegen Tinnitus, wie zum Beispiel diese Frau. Seit mehr als neun Jahren leide ich unter Tinnitus. Ich musste deswegen sogar meine Arbeit aufgeben. Das macht mich auch seelisch kaputt. Bitte um ein Gebet. Die Ärzte können nichts dagegen machen. Ich danke euch. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst mit dem Tinnitus, dass du auch da diese Geräusche heilst, dass du diese Geräusche wegnimmst und dass diese Ursache auch beseitigt wird, dass dieser Blutfluss wieder richtig durchgeht ohne Geräusche und dass die Ohren wieder in Ordnung sind. Danke, Jesus, dass dieser Tinnitus verschwindet im Namen Jesus. Und noch viele andere Menschen haben uns geschrieben wegen Tinnitus. Und Jesus, du kennst jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du auch sie berührst. Auch das, wo wir hier nicht vorlesen können. Aber du kennst jeden Einzelnen, der damit auch Nöte hat mit Tinnitus. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Geräusche aufhören. Im Namen Jesus sind sie besiegt am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass du jeden freisetzt von Ohrengeräuschen, von Tinnitus. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Und die Infos sind eingeblendet. Und da haben wir ein Gebetsanliegen für ein zweijähriges Kind, das zum Sterben nach Hause entlassen wurde. Sehr dramatisch. Und dasjenige schreibt, liebes Gebetsteam, ich habe ein Gebetsanliegen, das mir Gott gestern aufs Herz gelegt hat, als mir eine Bekannte von ihrem kleinen, todkranken zweijährigen Neffen erzählte, der eine seltene Genkrankheit hat, die seinen Darm zerstört. Er wurde jetzt zum Sterben nach Hause entlassen. Ich habe ihr von Wundern und Gebetserhörungen berichten können. Denn Jesu Auferstehungskraft kann auch in seinem kleinen, todgeweihten Körper wirken. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Und das ist wahr. Was für ein Glaube steckt in diesem Gebetsanliegen drin. Und da möchten wir uns wirklich einklinken und wirklich auch glauben. Denn wir glauben, Gott kann auch da noch ein Wunder tun. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der Wunder. Und danke, Herr, für dieses kleine Kind. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass auch alles, was krank ist, alle Mächte des Todes verschwinden müssen in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du so wunderbar bist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du auch keine Fehler machst. Und Herr, wir dürfen die Hoffnung und sollen die Hoffnung nicht aufgeben bis zum letzten Atemzug. Und wir glauben und beten und vertrauen, Herr, dass du ein Wunder tust. Herr, danke, Herr. Tu dir was ganz Großes, Herr, in unseren Augen, Herr. Herr, danke, Herr. Sprich dieses Wort des Lebens in dieses kleine Kind hinein. Wir bitten dich und danken dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebetshilfe. Wir haben gerade erfahren, dass der Bruder meines Mannes Lungenkrebs hat. Er ist 66 Jahre alt. Bitte betet für Heilung. Ja, auch das tun wir gerne. Danke, Herr, danke, Herr, dass du wunderbar, Herr, diesem Mann begegnest. Danke, Herr, Herr, dass auch dieser Krebs vertrocknet, verschwinden muss. Und alles, was er angerichtet hat, Herr, rufen wir was Neues hervor. Herr, deine Schöpfung, deine Kreativität, Herr, auch in diesem Körper, in dieser Lunge hervor. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir voller Freude und Dankbarkeit dich bitten dürfen um Heilung. Danke, Herr, danke, Herr, dass wir das hier tun dürfen. Und, Herr, glauben dürfen, dass du Gebet erhörst. Amen. Amen. Viele Menschen erleben das Eingreifen Gottes. Und so schreibt uns eine Frau auf WhatsApp. Hallo, ihr Lieben. Ich schreibe wegen den Halsschmerzen meines Mannes. Am Samstag nach der Gebetsnacht fand ein Kampf statt. Die Schmerzen waren trotz Tabletten so stark und auch die Stimme war sehr angegriffen. Und dann, am Sonntag, war es dann vorbei. Wie wunderbar, wenn man das sagen kann. Und eine weitere Gebetserhörung schreibt uns ein Mann. Durch eure Gebete ist nun so schnell eine Lösung in Sicht. Heute wurde mir telefonisch mitgeteilt, dass ich ein paar Monate arbeiten kann. Das freut mich sehr. Vielen Dank für eure Gebete. Eines ist sicher. Gott hört Gebet. Ja, das können wir nur bestätigen. Und voller Freude schreibt uns eine Frau von Gottes Eingreifen. Ich sehe, dass ich getragen worden bin. Ich sehe Wunder, die ich sonst niemals erlebt hätte. Ich sehe Menschen, die unerwartet da waren, um zu helfen. Ich sehe Türen, die sich plötzlich vor meinen Augen geöffnet haben, die ich sonst nie entdeckt hätte. Und ich sehe nicht zuletzt Gottes schützende Hand, die mich keine Sekunde, auch in den dunkelsten Stunden nicht, losgelassen hat. Unsere Tochter geht es sehr gut. Ihre Skoliose ist so gut wie geheilt. Und das bei über 60 Grad Verkrümmung. Ihre Essstörung ist vollständig verschwunden. Wir freuen uns, dass unser Herr das gute Werk, das er an uns begonnen hat, vollenden wird. Hätte uns diese Geschichte jemand erzählt, wir hätten es wahrscheinlich selbst nicht geglaubt. Gott ist so gut und es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Von ganzem Herzen danke für eure Gebete. Ist das nicht eine wunderbare Gebetserhöhung? Gott tut über die Maßen, was wir uns manchmal gar nicht vorstellen können. Und es ist eine große Freude, wenn wir das erleben dürfen. Ja, es ist immer so schön, an dieser Stelle von den Wundern zu hören, von den Zeichen zu hören, von dem, was Hoffnung auch ausmacht und dass Hoffnung auch belohnt wird. Ja, hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, wir hatten es heute. Wo suchst du Jesus? Ich möchte dir die Frage stellen. Wo suchst du Jesus heute? Tu mal spontan für dich antworten. Ja, äh, ja. Wo suchst du wirklich Jesus? Und ich glaube, das muss uns klar werden. Und wenn du Jesus nicht in deinem Leben findest, dann rede mit Gott darüber. Rede mit Jesus darüber. Er möchte, dass du ihn in deinem Leben findest. Dass er mit dir gehen kann. Und sag einfach, Herr, danke, dass du in mein Leben kommst, wenn er noch nicht drin ist. Sag einfach, danke, dass du mit mir gehst. Er freut sich, wenn du ihn einlädst. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns doch wissen. Und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, das ist diese Woche, wo am Ende der Woche, das heißt Samstag und Sonntag, wir die Heilungstage haben. Die Heilungstage sind am Samstag online. Wir beginnen um 14 Uhr. Es geht bis circa 19 Uhr. Ganz interessante Themen. Auch dort beten wir für Anliegen. Und es ist ein interessantes Programm. Und Sonntag ab 10 Uhr, wie unser Gottesdienst, wird es wieder auch in Livestream und YouTube übertragen. Wie am Samstag. Und Sonntag kannst du auch gerne vor Ort in die Kathedrale kommen. Wir freuen uns, wenn wir dich am Wochenende bei den Heilungstagen wieder begrüßen dürfen. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei.